Herzlich willkommen zu unserem GMP-Podcast. Heute die sechste Episode zum sechsten Kapitel des EU-GMP-Leitfadens Qualitätskontrolle. Mein Name ist Anna Diehl. Mein Name ist Ruben Brandes. Ich freue mich auf das sechste Kapitel und auf eine neue Podcast-Folge. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Was heißt das überhaupt, Qualitätskontrolle? Ja, Qualitätskontrolle. Sehr interessantes Thema auch wieder, sehr breit gefächert. Wir haben eine weitere Organisationseinheit, über die wir jetzt heute sprechen werden. Qualitätskontrolle bedeutet die Untersuchung der Einhaltung von Spezifikationen. Sie haben weitere Aufgaben in ihrer Stabilitätsuntersuchung, Freigabeanalytik und diverse weitere Themen. Meistens ist auch noch mal die Mikrobiologie in der Qualitätskontrolle angesiedelt oder chemisch-physikalische Untersuchungen etc. Also wieder breit gefächert, was die Qualitätskontrolle alles für Aufgaben zu erfüllen hat in dieser neuen Organisationseinheit, über die wir heute sprechen. Also ein sehr spannendes und interessantes Thema. Genau, kommen wir gerne zur nächsten Frage. Warum ist denn die Qualitätskontrolle überhaupt so wichtig? Ja, ich hatte das ja schon eben gerade schon erläutert. Es gibt die Spezifikation, die grundsätzlich in der Zulassung verankert ist und die Einhaltung der Spezifikation, was wir sozusagen unten in der Produktion herstellen, also das Arzneimittel, muss natürlich auch geprüft werden, ob alles so richtig zusammengesetzt wurde, zusammengemischt wurde, zusammen vereinnahmt wurde, ob die Spezifikation gemäß Zulassung dann noch eingehalten wird. Also ob der Wirkstoffgehalt stimmt, ob diverse Hilfsstoffe, wenn die mit untersucht werden, ob die Menge und der Gehalt stimmt. Oder dazu kommt noch die Rohstoffuntersuchung, also die Eingangskontrolle, die Wareneingangskontrolle unternimmt auch die Qualitätskontrolle. Proben werden dort gezogen und die Identitätsprüfung des Wareneingangs wird dort erfolgt. Also das ist zumindest schon mal der wichtigste, also einer der wichtigsten Punkte. Dann haben wir die Freigabe. Also die Freigabeanalytik ist ein sehr wichtiger Punkt, was abgedeckt wird. Und ich hatte das auch schon vorhin schon gesagt, die Stabilität, also die Haltbarkeit des Arzneimittels muss ja grundsätzlich immer fortlaufend über die Laufzeit des Arzneimittels geprüft werden. Und das nennt sich dann die Stabilitätsuntersuchung und das führt die Qualitätskontrolle auch durch. Und das führt dazu, dass diese Organisationseinheit auch genauso wie die Qualitätskontrolle, nicht die Qualitätskontrolle, sondern die Qualitätssicherung auch wirklich wichtig ist in diesem Dreierkonsortium, wenn man das so sehen will. Also einmal die Qualitätskontrolle, einmal die Herstellung und einmal die Qualitätssicherung. Also diese drei bilden sozusagen die wichtigsten Eckpfeiler einer Arzneimittelproduktion. Ja, super Resümee auch nochmal der drei verschiedenen Bereiche und wie sie zusammenhängen. Vielen Dank. Ja, und auch welche Regelwerke sind denn hier zu beachten bei der Qualitätskontrolle? Ja, das ist natürlich wieder ein riesen Blumenstrauß, den wir da zu erfüllen haben. Also es gibt diverse, wenn wir jetzt auf die Freigabeanalytik gehen, dann gibt es das FarmEU, nach dem wir arbeiten müssen, wo auch die Untersuchungen genau gelistet sind, wie wir zu untersuchen haben. Also da wird uns alles direkt vorgeschrieben. Bei den Stabilitätsuntersuchungen zum Beispiel brauchen wir die ICH-Guidelines, die vorgegeben sind. Wenn man natürlich außerhalb von Europa das Arzneimittel vertreibt, dann brauchen wir natürlich zum Beispiel WHO-Richtlinien oder auch von der amerikanischen Seite oder die japanische Seite. Also da gibt es einen bunten Strauß an Regelwerken, die wir hier gar nicht alles so listen finden können, die aber durchaus alle einsehbar sind und gut recherchierbar sind. Aber es ist eine gesamte Menge an Regularien, vielleicht sogar noch mehr, als dass die Produktion sich darauf achten muss. Also die Qualitätskontrolle hat schon einen immensen Berg von Regelwerken, was sie beachten muss. Also muss man schon gut ausgebildet sein, um das auch alles wirklich dann nachzuvollziehen und auch immer auf dem neuesten Stand zu halten. Und was sind die drei wichtigsten Aspekte? Na, ich würde es mal so zusammenfassen, was ich auch schon gesagt habe. Also wir haben die Freigabeanalytik, die Spezifikation und die Stabilitätsuntersuchung. Also das sind schon die drei Eckpfeiler, die wir schon erörtert haben, die wirklich wichtig sind. Vielleicht noch dazu gehen, damit man nochmal erklärt bekommen, was haben wir eigentlich an verantwortlichen Personen. Also wir haben ja den Leiter der Qualitätskontrolle, der grundsätzlich oben drüber sitzt, ähnlich wie der Leiter der Herstellung. Der hat einen ziemlich wichtigen Part. Dann haben wir den Laborleiter, der untergeordnet ist, damit man auch mal die Struktur von der Qualitätskontrolle so kennt. Aber nichtsdestotrotz, die letzte Instanz ist ja bei uns die Qualified Person, die dann ja sozusagen verifiziert, ob alles dann richtig ist. Also das sind so die drei wichtigsten personellen Verantwortungen innerhalb der Qualitätskontrolle, würde ich jetzt mal behaupten, neben den grundsätzlichen Aufgaben. Und welche Änderungen, Entwicklungen sind in der Zukunft zu erwarten in dem Bereich Qualitätskontrolle? Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Da kann man natürlich auch nochmal auf diesen Annex 1 verweisen, der in der Erstellung jetzt ist und hoffentlich bald freigegeben wird. Wir werden sehr viel Neuerungen im Rahmen der, nennen wir es mal Industrie 4.0, also diese ganze Digitalisierung wird bei uns Einzug halten. Schnellere Rapid Methoden werden etabliert werden oder sollen auch etabliert werden. Also die ganze Digitalisierung ohne viel Papier. Damit muss man sich in der Qualitätskontrolle auf jeden Fall auseinandersetzen. Das wird sogar noch viel stärker in dieser Organisationseinheit Einfluss haben als in der Produktion, weil natürlich Kleingeräte, analytische Geräte viel schneller digitalisiert sind und in diese Welt der 4.0 Thematik rein spielt und umsetzbar ist als unten in der Produktion, wo es um Großgeräte oder sowas geht. Oder wenn wir jetzt Electronic Batch Record haben, das wird sehr digitalisiert werden, viel schneller auswertbar sein. Also die Welt dreht sich hier in diesem Bereich, würde ich mal sagen, wenn man das eine Arzneimittelproduktion in Summe sieht, viel stärker Einfluss haben als in anderen Bereichen der Organisationseinheiten. Und zum Schluss hast du noch eine persönliche Anekdote, Verbindung zu dem Thema Qualitätskontrolle? Ja. Ich hatte mal ein Audit, was ich begleiten durfte. Da gibt es die Problematik, dass manchmal in einem Labor in einer etwas kleineren Firma zum Beispiel Blumen in einem Labor waren. Das ist zwar schön, dass es dort Blumen gibt und dass sich die Mitarbeiter dann auch wohlfühlen, weil es schön grün ist. Aber Blumen haben sicherlich nichts in einem Labor zu suchen. Und es gibt ja auch die gute Laborpraxis, also die Einhaltung der, nennen wir sie mal GMP-Richtlinien in einem Labor, sind natürlich genauso einzuhalten. Also diese Organisationseinheit hat genauso Richtlinien und Anforderungen an Räume, an Laboruntersuchungsräume etc. Natürlich genauso wie unten. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Das sah zwar toll aus, aber war nicht zielführend. Ja, super. Ja, das war schon unsere sechste Episode, unser sechstes Kapitel des EU-GMP-Leitfadens Qualitätskontrolle. Schauen Sie gerne, hören Sie in die nächsten Episoden rein und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen. Tschau. Tschau.